Ich muss euch unbedingt mein Geheimnis erzählen, wie ich nie wieder Rasierklingen kaufen muss. Und das mache ich jetzt schon seit acht Jahren. Seit acht Jahren kaufe ich keine Rasierklingen mehr. Okay, wie bin ich drauf gekommen? Ich habe mich vor acht Jahren ungefähr für Pyramiden interessiert, eigentlich auch schon länger. Habe viele verschiedene Bücher darüber gelesen. Also es ist ja sehr geheimnisvoll, damit da drum stehen. Okay, dann gibt es irgendwelche Kupferpyramiden, die konnte ich mir damals nicht leisten. Und dann habe ich eine Internetseite gefunden von einer Mathematiklehrerin, die hatte eine Bastelanleitung für verschiedene Pyramiden. Unter anderem die Pyramide, also die Bastelanleitung mit den Maßen der Pyramide von Gizeh. Okay, und die habe ich mir einfach runtergeladen. Ich werde sie auch verlinken, wenn ich die Seite noch finde. Und ich habe mir sozusagen diese Pyramide und den Aufstellplan dazu runtergeladen. Gut. Ich habe mir dann diese Papierpyramide gebastelt. Und ich lege dort immer alle meine Rasierklingen drunter. Und das mache ich jetzt seit acht Jahren so. Es gehen auch solche ökologisch schrecklichen Plastendinger. Manchmal kommen die hier auch im Haushalt an. Gerade wenn ich auf Reisen bin, nehme ich sowas auch mal mit. Okay, sowas funktioniert auch. Und ich habe auch ein Teppichmesser jetzt drunter gelegt. Für große Messer braucht man vielleicht eine größere Pyramide oder man legt einfach nur die Klinge hier vorne rein. Sowas muss man beachten. Also erstmal muss diese Pyramide die Maße von Gizeh haben. Und wenn natürlich, ich glaube das ist hier 1 zu 100. Dann muss die Pyramide ausgerichtet sein. Da ist ja ein Nordfeil drauf. Deswegen habe ich hier mir irgendwann mal einen Kompass besorgt. Okay, den kann man auch hier an der Seite anlegen, um zu gucken, dass es ja nach Norden geht. Okay. Also ich hoffe, ihr könnt selber das, wie man sowas nach Norden ausrichtet. Wichtig ist, dass die Pyramide immer genau auf diesen Linien steht. Dass die sozusagen, während sie ihre Arbeit tut. Ah, da ist eine kleine Kante. Ups. Während sie ihre Arbeit tut, immer schön ausgerichtet ist. So, ich kann euch leider nicht sagen, wie lange ich immer diese Klingen drunter liegen lasse. Weil ich habe immer einen Bergklingen, der ist gut. Den nehme ich eine Weile. Und der andere Berg, der liegt hier immer drunter. Wer da irgendwie mehr Zeit hat, der kann sich ja mal notieren, wie lange das dauert. Bis die Klingen scharf sind. Ich kann euch auch nicht erklären, wie es funktioniert. Ich weiß, dass die Klingen, wenn die mit Feuchtigkeit in Berührung kommen, irgendwann mal korridieren. Und wenn man sich das sozusagen, die Klingen unter dem Mikroskop ansehen würde, dann würden sozusagen hier oben die Klingen wie Zacken aussehen. Warum diese Pyramide diese Zacken wieder gerade macht oder warum die Korrosion weggeht oder warum das schärfer geworden ist, kann ich euch einfach nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß bloß, dass es funktioniert. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es noch viele andere Sachen gibt, die damit funktionieren. Ich benutze es einfach nur aus praktischer Sicht. Wie gesagt, seit acht Jahren kaufe ich keine Klingen mehr. Ich lege die regelmäßig hier drunter. Ja. Und ich finde, dass es eine wahnsinnige Ersparnis ist. Ich glaube, Klingen sind irre teuer. Und das braucht man eigentlich gar nicht mehr neu kaufen. Teilt dieses Video an ganz viele, die auch Rasierklingen brauchen. Männer wie Frauen. Gebt mir einen Daumen hoch und abonniert vielleicht den Kanal, weil ich habe immer wieder so tolle andere Ideen und auch praktische Anwendungen, die ich seit Jahren schon benutze, um weniger Geld auszugeben. Aber nicht aus dem Mangel denken, könnt ihr ja machen. Also ich eher aus der Fülle, weil also entweder arbeite ich weniger und dann habe ich auch einen zusätzlichen Nutzen oder das Geld, was übrig bleibt, lege ich halt an. Das ist einer meiner Hobbys. Ja. Mehr Lebensqualität sozusagen. Okay. Ich danke euch, dass ihr zugesehen habt. Bis bald.